Jerome Ellers war ein australischer Schauspieler und Drehbuchautor. Leben Ellers absolvierte für seine Schauspielausbildung das Nationalinstitute of Dramatic Art, die er 1987 abschloss. Er war überwiegend in australischen TV-Produktionen zu sehen. Jerome Ellers war auch als Drehbuchautor tätig und Mitglied der Australien Reiters gilt. Jerome Ellers war von Dezember 1988 bis zu seiner Scheidung 1993 mit Emily Simpson verheiratet. Aus der Ehe entstammt ein Sohn. Im September 2001 heiratete Jerome Ellers in zweiter Ehe die Schauspielerin Ellie Britt-Berry, mit der er ein Kind hatte. Filmografie 1989 Bangkok Hilton 1990 Quigley der Australier 1991 Deadly stärker als der Hass 1992 Fatal Band Das tödliche Prinzip 1993 Power Cup 1993 Timetrucks Zurück in die Zukunft 1995 Sahara Wüste des Todes 1995 Flippers Neue Abenteuer 1998 Waterrats Die Hafenkops 1999 zu 2001 Die Verlorene Welt 2000 Du kannst nicht entkommen 2001 Beastmaster Herr der Wildnis 2001 Teen Star 2003 Gesetzlos die Geschichte des Ned Kelly 2005 The Great Raid Tag der Befreiung 2006 The Marine 2007 Alles auf Anfang 2008 zu 09 Packed auf alle Rafters Die Ferne 1 2 5 23 4 3